Die Kiste ist wohl leer. Die Kiste ist wohl leer. Ein paar leere Kisten. Die Kiste ist wohl leer. Diese Kiste ist leer. Die Kisten sind wohl leer. Das ist ein typisches Händlerzelt. Nicht weiter auffällig. In dem Fass ist nichts drin. Das Fass ist leer. Ich kann nichts finden in dem Fass. Das Fass ist leer. Ein leeres Fass. Ein leeres Fass. Ein alter Dodge Ram-Schrott. Ein ziemlich normales Zelt. Eine leere Kiste. Ich kann nichts finden in den Kisten. Diese Kiste ist leer. Ein einfaches Grab. Eine Autopalisade. Nichts Besonderes. So was sieht man häufiger. Nur ein wenig Holz. Die Kiste ist wohl leer. In der Kiste ist nichts drin. Die Kiste ist wohl leer. Eine leere Kiste. Die Kiste ist wohl leer. Das ist ein Armeezelt. Nichts Besonderes. Das ist ein typisches Händlerzelt. Nicht weiter auffällig. Ich kann nichts finden in den Kisten. Diese Kiste ist leer. Das Fass ist leer. Ein leeres Fass. ... ... ... Okay. Ein einfaches Grab. Ein einfaches Grab. Ein einfaches Grab. Ein einfaches Grab.